Commerzbank Digital Banking – Online Banking leicht gemacht In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie hilfreiche Funktionen im Online Banking, beispielsweise Überweisungen, tätigen und das elektronische Postfach im Online Banking nutzen können. Zur Anmeldung im Online Banking gehen Sie auf unserer Homepage www.commerzbank.de und klicken oben rechts auf Login. Auf der Login-Seite geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre Teilnehmernummer und Ihre persönliche PIN ein und bestätigen diese mit einem Klick auf den Login-Button. Sie werden nun auf die Seite zur Anmeldung mit Fototan Push weitergeleitet. Auf Ihrem Smartphone erhalten Sie direkt und automatisch eine Push-Nachricht zur Bestätigung Ihrer Anmeldung. Dieser Prozess garantiert, dass nur Sie auf Ihr Online Banking zugreifen können. Sobald Sie die Anmeldung in der Fototan-App bestätigt haben, sind Sie eingeloggt und Ihre Online Banking-Startseite erscheint im Browser. Unten auf der rechten Seite finden Sie eine Übersicht, der Sie die jeweils letzten Umsätze Ihrer Konten entnehmen können. Um weitere Details des jeweiligen Kontos einzusehen, klicken Sie auf Zur Umsatzübersicht. Auf der nun erscheinenden Seite können Sie sich die Umsätze der letzten zwölf Monate anschauen. Über die Filterfunktion haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Beträge oder Empfänger zu filtern und ein PDF des betreffenden Zahlungsvorgangs zu erstellen. Um Umsätze zu finden, die älter als zwölf Monate sind, bietet Ihnen unser Postfach, das Sie auch über die Top-Links auf der Startseite erreichen, die Möglichkeit, Ihre Kontoauszüge der letzten Jahre abzurufen. Kontoauszüge werden für zehn Jahre gespeichert, sind jederzeit nach einmaliger Aktivierung des Postfachs einsehbar und können auf Ihren Endgeräten abgespeichert werden. Mit zwei Klicks können Sie das Postfach über den Briefumschlag im Navigationsfeld aktivieren. Wichtig! Haben Sie sich für die digitale Variante unseres Postfachs entschieden, können Sie in der Filiale mit Ihrer Girokarte keine Ausdrucke mehr abholen. Dies ist aber jederzeit in den Zustellungsoptionen von elektronisch auf papierhaft umstellbar. Sie haben auf der Startseite mehrere Möglichkeiten, eine Überweisung schnell und bequem durchzuführen. Über den Top-Link Überweisung erfassen oder über den Menüpunkt Konten und Karten. Hier haben Sie direkt die Möglichkeit, Ihre Überweisung einzugeben. Um eine Überweisung zu tätigen, geben Sie bitte den Empfängernamen, die IBAN, Ihren Wunschbetrag und gegebenenfalls einen Verwendungszweck an und klicken Sie auf Weiter. Auf der nächsten Seite sehen Sie die Zusammenfassung Ihres Auftrags und können mit einer Fototan-Push-Nachricht, welche auf Ihrem Smartphone zur Bestätigung erscheint, die Überweisung abschließen. Die Durchführung des Auftrags wird Ihnen anschließend auf der Internetseite bestätigt. Eine Umbuchung innerhalb Ihrer Konten, beispielsweise von einem Girokonto auf ein Tagesgeldkonto, oder auch umgekehrt können Sie ganz bequem durch einen Klick auf eigenes Konto erledigen. Sie möchten einen Dauerauftrag einrichten, löschen oder ändern? Probieren Sie es einfach unter Übersichten Daueraufträge aus. Noch bequemer regeln Sie Ihre Zahlungsangelegenheiten über unsere Mobile Banking-App. Sie wollen mehr erfahren? Dann schauen Sie sich die weiteren Videos zum Digital Banking an und entdecken Sie Schritt für Schritt Ihre Möglichkeiten. Banking und persönliche Beratung jederzeit und überall. Es liegt in Ihrer Hand. Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.